Das Mächtigste in meinem Leben ist die Familie. Das, was ich am meisten liebe, ist die Familie. Man sucht sich seine Familie nicht aus, denn sie ist Gottes wunderbares Geschenk und sie verwindet sich aus dem Respekt vor dem Leben des anderen. Jeder braucht einen Platz in der Welt, einen Ort, an den er gehört und Menschen in deren mittlerer Geborgenheit findet. Als das und unendlich viel mehr gibst du mir, verspüre ich mit dir und habe ich mit dir bekommen. Die Familie ist ein Meisterwerk der Natur. Ich liebe dich beginnungslos. Ich liebe dich. 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 Wenn ihr seht, seid ihr zu signieren mein Leben? Ja. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018